Hallo ihr Lieben, ich bin's, euer Christian und darf euch zum heutigen Unboxing und Gewinnen begrüßen. Diesmal wieder mit einem Smartphone. Ich werde euch zeigen, was das Gerät kann, werde ein paar Fotos damit machen, ein Video, das wird ja am meisten beim Angeln gebraucht, tolle Erinnerungsbilder. Ich werde das Teil mal auspacken, ein bisschen ausprobieren, würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Es handelt sich um das AGM-X6 Phantom, das heißt die Rückseite soll transparent sein, damit man einen Blick auf das Innenleben werfen kann. Also die Firma AGM Mobile möchte da nichts verstecken. Ich packe das gute Stück jetzt einmal aus. Obenauf habt ihr diesen PIN, um die SIM-Karten einzulegen, Beschreibung und so weiteres und dann seht ihr schon das Telefon. Es handelt sich um ein Outdoor-Smartphone, wir stellen es ja zum Angeln vor, aber es ist trotzdem sehr flach, finde ich. Wertig verarbeitet auf jeden Fall. An den Seiten sieht es aus wie schickes Aluminium. Dann haben wir diese transparente Kunststoffhülle. Auf der Rückseite sieht man so die Innereien eines Smartphones. Ich sehe auf jeden Fall einen großen Chip und Leiterbahn. Da sagt die Firma AGM Mobile auch, das sind keine Sticker oder Buttons. Nein, das ist das wahre Innenleben dieses Smartphones. Wenn ich das Smartphone anmache, dann habe ich hier meinen Startbildschirm, so wie man das vom Android-Smartphone gewöhnt ist. Wir haben hier einen 6,78-Zoll-Bildschirm. Android 14 haben wir da drauf. Entsperren können wir das per Gesichtsentsperrung oder per Gesichtserkennung und per Fingerprint und natürlich auch per Code. Jeder so, wie er das möchte. Ein 60 Hertz FHD-Display. Die Auflösung ist wirklich sehr gut. Dazu, wie eben erwähnt, dieses stabile Design. Trotzdem schlank und edel. IP68, also komplett wasserdicht ist das Gerät. IP69K auch noch, was auch immer die ganzen Abkürzungen im Detail bedeuten. Vielleicht interessiert es jemanden, der googelt dann einfach. Und wir haben hier den Standard für Stürze und so weiter. Da gibt es so einen MIL-STD 810H-Standard, der sagt aus, aus welchen Höhen dieses Gerät fallen darf, ohne kaputt zu gehen. Wichtig zum Angeln, es ist komplett wasserdicht. Das heißt, ihr könnt es auch mal rausholen, um einen Fisch zu fotografieren im strömenden Regen. Ihr müsst euch keine Gedanken machen oder selbst Unterwasserbilder, werden wir gleich testen, sind damit möglich. Die Kamera ist unten rechts, einfach zu finden. Wir haben hier zur Auswahl einmal Panorama, dann gibt es Video, Foto, 50 Megapixel Foto, also eine recht hohe Auflösung. Außerdem gibt es eine Wärmebildkamera, um Objekte, die halt Wärme ausstrahlen, sichtbar zu machen. Vielleicht gut zum Jagen, um da in der Nacht mehr sehen zu können. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall die normale Kamera. Das ist das, was wir beim Angeln brauchen. Wir machen Fotos von unseren Fischen zur Erinnerung oder wir machen kleinere Videoaufnahmen, um unsere Erinnerungen festzuhalten. Starten wir jetzt mit einer kleineren Videoaufnahme. Da unten schön am Bach hier, da kann ich mal so einen schicken Schwenk machen. Den blende ich euch dann am Ende auch ein. Dann seht ihr, was die Kamera für ein Bild bringt. Wie gesagt, macht dieses Smartphone einen sehr wertigen Eindruck. Auch hier dieses Gadget mit der transparenten Rückseite finde ich sehr schick. Für ein Outdoor-Smartphone fand ich es erst relativ schmal und dezent, aber laut den Standards hält es auch Stürze aus mehreren Metern Höhe aus. Deshalb auch sehr gut geeignet für die Baustelle. Ihr seht es wahrscheinlich an meinen Klamotten. Ich habe noch Farbe an mir und so. Ich bin gerade auch auf der Baustelle. Also da wäre so ein Gerät genau das Richtige. Ansonsten beim Angeln bei allen Unternehmungen, die draußen stattfinden, wo das Telefon auch mal auf den Boden fallen kann, ist dieses Gerät auf jeden Fall sehr gut geschützt. Die Aufnahmen habe ich gemacht, die blende ich euch gleich hinten an. Ich habe alle Kameramodis mal getestet, blende euch auch noch eine Unterwasseraufnahme ein, die ich mit dem Gerät gleich mache. Das Gerät aufladen könnt ihr wie gewohnt per USB-C. Auch einen 3,5 Klinken-Kopfhöreranschluss gibt es hier unten noch. Dabei ist ein Ladegerät, Steckdose und USB-C Kabel. Dann habt ihr auf jeden Fall alles beisammen, um direkt loslegen zu können. Telefonieren kann man damit natürlich auch noch oder WhatsApp schreiben. Das ist alles bei Android 14 und bei diesem Telefon dabei. So jetzt gibt es noch die Unterwasseraufnahme und dann wünsche ich auf jeden Fall allen viel Glück beim Gewinnspiel. Wie immer unsere Unboxing Sachen werden meist verlost. So auch dieses Telefon. Sagt mir einfach, was ist für euch das Besondere an diesem Smartphone? Hackt es unten in die Kommentare rein und schon bald wird ein glücklicher Gewinner dieses Smartphone von der Firma AGM Mobile zugeschickt bekommen. Ich drücke euch die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian. So Leute, die Unterwasseraufnahme bin ich euch ja noch schuldig. Gucken wir doch einfach mal, wie das funktioniert. Bis zum nächsten Mal.